Machst du ja auch noch Video oder was? Tobi kocht. Ja, oder? Ja. Hast du noch nie einen Kerl beim Kocken gesehen oder was? Ne, aber doch schon, aber kein Tobi. Aha. Du musst dich richtig umrollen. Ne, echt? Doch, sonst bröckelt das. Was ja, ich ernähre mich von diesem Projekt, von daher... Ich weiß schon, was ich weiß. Ein bisschen Brot ein, ja. Ein bisschen Brot ein, ja. Wie sollst du jetzt meine Pfanne da stehen? Ja, schon. Ach, die stand ja aber schon vor... Ja, die macht halt immer wieder sauber und dann nutzt sie wieder. Ach so, ich dachte, er benutzt hier immer eine gleiche Fett. Das ist für Kitchen und so, ne? Ein geilen Kühlschrank. Von... Beko. Alles klar. Ja, die Läuferkolumne hier. Oh. Was ist das? Treiböcher? Ne. Kaffee. Das bin ich. Oh, ne, mach's rein. Das ist genug. Dann gehen wir weg. Dann steigen wir weg. Dann steigen wir weg.